Ich bin Thorsten Hamann, IT-Consultant bei Laudert. Meinen Vortrag sollte man auf gar keinen Fall verpassen, weil Printausleitung ja auch nur ein Kanal ist und weil es vornheraus immer um die Datenqualität geht und um das, dass Menschen vornheraus Content erfassen müssen. Und wenn man wissen will, wie man ganz spektakulär scheitern kann mit ganz einfachen Mitteln, dann sollte man unbedingt dabei sein und sich das angucken. Das ist mein bestimmt sechster Print-Day und bei den zusätzlichen Veranstaltungen war ich auch bei den Partnerkonferenzen. Was am Print-Day das Besondere ist, ist, dass das hier mehr wie eine Community ist, die sich zusammenkommt und sich austauscht miteinander. Völlig jenseits von Grenzen von Unternehmen, Konkurrenz, solchen Dingen. Einfach zusammenkommen, fachsimpeln, im Dienst der Sache. Die Partnerschaft mit Werk 2 ist für uns als Laudert ganz zentral. Werk 2 ist für uns ein wichtiger strategischer Partner, weil das Thema Printausleitung, egal ob hinterher gedruckt oder nicht, auch für uns und unsere Kunden ein ganz zentrales Thema ist. Das war's. 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 Bis zum nächsten Mal.